Sein linker Fuß ist sein großes Plus. Marvin Plattenhardt, überraschend dabei, wenn Deutschland in wenigen Tagen Richtung Russland reist. Ja, im Fußball geht es schnell. Ich habe mich eher direkt gefreut, wo ich meinen Namen gehört habe, dass ich dabei bin. Aber so im Großen und Ganzen geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Vorteil Plattenhardt, seine Position. Gute Linksverteidiger sind rar, kaum zu finden. Auch mangels Alternativen auf der linken Abwehrseite ist er jetzt dabei. Ja, man muss erstmal die Seite zumachen, sich nach vorne einschalten mit Laufwegen, mit Flankenläufe. Und ich glaube, das konnte ich in den letzten Monaten auch bei den Freundschaftsspielen unter Beweis stellen. Er hat ja den Bundestrainer überzeugt letztendlich. Sechs Länderspiele seit der ersten Nominierung beim Konfettcup im letzten Sommer. Es reichte, um den Bundestrainer zu überzeugen. Momentan hat Jonas Hector auf seiner Position noch leicht die Nase vorn. Bleibt Stand jetzt wohl nur die Ersatzbank. Das könnte natürlich passieren. Das wünscht man niemandem. Ich glaube, wenn das so wäre, wäre ich selbstverständlich auch ein bisschen enttäuscht. Man erhofft sich schon Spielzeit, auch wenn es dann am Ende nicht so viele Minuten sind. Aber ich glaube, letztendlich möchte ich jeder Spieler spielen. Aber bis dahin sind es noch einige Tage, einige Wochen und es wird schon klappen. Sein linker Fuß, quasi das Ticket zur WM 2018. Bei einer Reservistenrolle soll es für Marvin Plattenhardt aber nicht bleiben. Ich denke, dass ich jeder selbst겨lasse. Ich denke, dass ich das so viel, was haltet. Aber ich habe auch mit, dass ich, nicht so viele Tage, die dear Zeit verletmen würde, aber wir können auch mit, dass ich dann traf, dass ich Sie nicht tun. Das ist nicht so viele Tage. Und du dich, ihr könntest den Moment an für mich und nicht. Untertitelung des ZDF, 2020